Jo, moin Leute, Genui und herzlich Willkommen zu einem weiteren Gefecht hier von Aufstieg des Hexenkönigs mit dem lieben Steinchen. Hallo meine lieben Hobbits, Menschen, Elben und Zwerge und Gendor. Ja, wir spielen heute auf der Map an Fallas, die westlichen Küstenregionen Gondor sind geprägt von kleinen Bauern und Fischerdörfern. Ein Free-for-All fast, wir haben ein Team, zwei Brutale, die sind ganz links außen, Regeln so wie immer, eigene Händen sind diesmal an und ja. Noch was hinzuzufügen? Ich glaube nicht, ne? Können direkt starten. Also, los geht's. Deiner lädt schon wieder nicht. Ah, ne, doch, okay, alles klar. Jupp. Deiner lädt. Ich hab erst gedacht, weil ich schon bei 30% war, hab ich gedacht, oh ne, jetzt lädt deiner schon wieder nicht. Ne, ne. Er lädt, er lädt. Bist du nicht zufrieden mit der Fraktion? Nicht direkt. Was hast du denn für eine? Sag ich nicht. Nein, 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 nein. Ich bin immer nett zu dir, ne? Ja. Ja, immer. Du sagst, es ist mir nie. Richtig. Versteh ich nicht. Ja, Gründer. Denn für Gründer. Na ja, dann bist du mein Gegner. Ja, und? Weil die gilt, weil ich so auch, dass ich ein Gelehrter bin. Ja gut, da kann ich das ja auch sehen. Ja gut, da kann ich das ja auch sehen. Aber selbst da, da hast du ja, na, na, geldmäßig bist du mir da ja auch momentan überlegen. Ach, das ist wahr. Auch wenn ich von dem Spiel überhaupt keine Ahnung habe. Ist ja nicht verkehrt. Und vor allem hat nicht einer drunter geschrieben, und Gendo ist diesmal schlechter als du in dem Spiel? Ne. Hat er einer drunter? Ja, so in der Art. Aber er sagte, so, endlich mal ein Spiel, wo Gendo nicht der Beste ist. Ach so, hat er das geschrieben? Ja, ja. Aber ganz ehrlich? Ganz ehrlich, was... Am Ende zählt, was rauskommt. Ach so, ja. Ich hab ja zwei Betriebe, du hast erst eine. Ist ausgebaut, ey, ich bin vollkommen zufrieden mit meinen Leuten, ja. Bio Wolf Manski macht alle fertig. Naja, ich war bisher auch immer locker in dem Spiel. Ja. Naja, klar, weil meine Bude hat noch nicht einmal gebrannt. Ja. Das gehört alles zum Flair, alles Skill. Aber du weißt auch nicht, wovon das Feuer kommt, oder? Ja, die Arbeiter, das ist ja eine Arbeiterhütte, die da immer abbrennt. Ja. So, und diese Arbeiterhütte, ne, ist, äh, die Leute machen halt da drin Feuer. Ja, ist da nie einer, wenn das Feuer noch an ist, oder? Das weiß ich nicht, vielleicht sind die einfach nur dumm. Warum, ja, wollte ich gerade fragen, warum sind die so inkompetent? Okay, aber wir haben einmal einen Mordor als Feind. Okay. Bist du halt schon unterwegs, oder was? Oder greifen die dich an? Hör, die schicken gerade so eine kleine Truppe, was das angeht. Ja, kommt halt vor, ne? Passiert, ne? Habe ich mir auch gedacht. Ja, wir werden angegriffen! Na jo, jetzt wollen sie es schon wissen, ja, ey. Ja, mich lassen sie in Ruhe. Das neue Gebäude, alle entlögen noch mehr. Ach, ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Oh. Los, Attacke. Du bist also noch nicht angegriffen? Äh, gerade noch nicht, nein. Das war ja einfach nur locker. Ja, muss ich mal nutzen. Bei sechs Leuten, ne, nicht angegriffen zu werden, ne? Noch mehr Hörnerreger! Wobei, nein. Wobei, nein, was, ey? Das war einfach für mich selbst gedacht. Ich wollte was anderes holen. Das heißt, ich habe es rückgängig gemacht und hole jetzt das, was ich eigentlich holen wollte. You know? Ja. Weißt du? Wollte ich das verstehen, ja. Nein, das wollte ich verdammt. Ein Gegner aus Zwerge. Greifst er dich an? Sagen wir mal so, er baut seine Minen direkt in meiner Base. Ah, okay. Okay, wir haben nochmal einen Mordor. Einmal Blau Mordor und einmal Grün Mordor. Ich weiß nicht, wo die hinwollen, weil die rennen hier gerade dumm lang einfach. Ich weiß nicht, warum sie dies tun. Ja, okay, die sind nicht im Team, sehr gut. Jetzt greifen sie mich an. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so kickelnd an, ne? Solange die Zwerge nicht neben mir sind, ist alles in Ordnung, ey. Mordor ist nicht so stark. Hallo. Baumeister Ok, Grün macht gerade sein Auge bei mir Ist das dein Auge? Ne Aber du spielst Nicht? Nein Also du bist kein Morder Nein Aber schön das die Es greifen mich Ochs und Zwerge gleichzeitig an, Alter Ich krieg gleich Anfall Über Morder und Zwerge Was ist denn jetzt Sechsenkündig? 4000, ey da hatte ich sogar recht mit, cool Oh ja, jetzt schicken sie weiter Jetzt wollen sie es wissen Wobei nein, das machen wir noch nicht Jo Alles klar Ja Ähm Lol, was machen? Ah, da unten ist ein Gastos Ach, yo, Pisser, ey Das neue Gebäude Dieses Land der Grund Denn wir haben den Ring Lol 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 Mordergrün hat den Ring Diesmal bin ich es nicht Diesmal bin ich es nicht Diesmal bin ich es nicht Mit irgendetwas Ich bin es nicht Ihr gibt es immer Arbeit Macht dich nötig Nein, nein, nein lieber hier Das war's für heute. Warum bist du direkt unter mir? Willst du mich eigentlich verarschen? Du bist Angma. Loll. Jetzt wollte ich gerade blau fertig machen, Alter. Ich bin blau. Hellblau. Aber da musste ich mich ja wohl erst um dich nehmen, oder? Nee, ich hab da nur gesehen, dass da ein Schlachthaus gebaut wurde und direkt daneben stand die Mühle. Ich konnte aber nicht erkennen, von wem sie war, die Mühle, und musste näher dran gehen und dann hab ich sie halt angegriffen. Und dann ist halt ein Zwerg noch an mir vorbeigelaufen und baut mitten in deiner Base jetzt eine Mine. Machen die hier auch bei mir die ganze Zeit. Darum bin ich nur mitgelaufen gerade. Kloppt gerade alles nieder hier bei mir in der Base. Jetzt kommt er wieder, Alter. Ich krieg da einen Anfall, Junge. Ja. Verpiss dich doch einfach. Tricks. Marsch. 2 3 4 4 5 2 4 5 4 5 5 5 6 5 5 Komm schon. Oh, da kommt sie. Dreckszwerge und ihre scheiß Wagen, Alter. Oh, da kommt Goffmog. Fick dich doch. Goffmog erst mal geplättet, easy game hier. Ja, alles klar. Der nervt mich schon mal nicht mehr. Oh, der Feind ist nah. Ah, ich bin schon wieder die Orks, ey. Bestimmt scheiße. Ja, ist es. Deshalb hab ich ja gesagt, ich bin mit der Klasse nicht begeistert. Aber naja, so ist das nun mal. So sieht's aus, so ist das nun mal. Richtig, wir haben versucht das Beste draus zu machen. Bisher läuft's ganz gut, ich kann mich gegen die Zwerge ganz gut behaupten. Das hätte ich nicht erratet, um ehrlich zu sein. Bei dir. Also die Zwerge sind in der Mitte bei dir, sagst du? Ja, die sind unten Mitte. Okay. Ich frag mich, was sie machen da, die Teammates. Ähm. Keine Ahnung, worauf die warten. Gutes Wetter anscheinend. Gutes Wetter. Das kann gut sein. Warum plantet Grün denn das Auge direkt an meiner... Na egal. Lassen wir das. Da will ich auskundschaften. Sind sie das? Ist das der Fall? Oh, jetzt kommt Grün wieder, alter. Auf geht's. Hier ist das ganz gut. Hier ist das Wasser und der Luftgebeuße. Dann багiert die Autos. Dann wird das Wasser und der Luftgebeuße nehmen. Dann zum Beispiel mal unsere Knie zu erinnern. Wenn die Autos und der Luftgebeuße merken, langweilig, langweiliger, langweilig, 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 und langweilig. Was war die Hütte? Doch, das war die Hütte. Die hat das Wasser und die Luftgebeuße genommen. So in die Luftgebeuße, was sie gelangt sein? Wie war die Hütte? Untertitelung des ZDF, 2020 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 sehr gut doch gerne getan ich habe auch einen vernichtet Zwerge sind tot so wie sich das gehört das neue Gebäude ist fertig arbeitet an eure Einsteller macht dich nützlich wir haben viel zu gut wir werden dann fertig ihr wisst was zu tun ist ich halte nach macht euch beeindruckt ich habe die Handel gesehen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ach, fick dich doch Was denn? Kurz bevor er stirbt, macht er natürlich hier noch Feilerhage Ach, klar, jetzt kommst du oder was? Am Arsch Ist sowieso jetzt gleich eine Fähigkeit auf mich Geregnend, glaube ich Keine Frei, wenn du das meinst Und habt ihr euch die glauben? Ja Sind nur noch wir zwei da, oder was? Nein, einer lebt noch Kann ich grad sagen, weil bei dem stehe ich nämlich Vom Vom Tor Nee Ist ja nur noch wir zwei da Lügner, alter Ah ja Ist immer nett zu mir Mein Gott, jetzt ruft diese scheiß Einheiten Die Felsen um Zurück an die Arbeit Mach dich nützlich Wir haben viel Glück Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, mein Ockkönig ist nämlich schon der Werk, my friend. Ja, mein, der ist auch angst, der nur gerade gestorben. Tut mir leid, wollte ich nicht. Nein, das wäre gemein. Ja, das war ein sauberer Schlag gegen mich. Weiß ich. Musst du mir nicht sagen, ich weiß auch, ob ein sauberer Schlag war. Musst du mir nicht sagen? Also ich hätte ja angegriffen, wäre ich du gewesen. Mit den paar Einheiten, die ich noch hab? Ist ja witz. Lässt du ne Fähigkeit auf mich regnen und das war's dann, ja. Ich hab keine Freie. Jaja, das soll ich dir glauben? Ich hab Lukis gesang und gefrorenes Land grad frei. Boah, hast du ne zweite Festel gebaut jetzt? Natürlich, die war im Bau, als du mich angegriffen hattest. Das ist auf die Wege. Loll! Hab ich dir nicht geklappt? Nicht schlecht. Nein, scheiße. Hör mal hart. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hey Dobby, der Schreibtisch gehört mir. Hör mal auf dran zu wackeln. Das Problem ist, Mordor hat einfach die stärkeren Fähigkeiten. Und warum kann ich das Feuer nicht löschen? Nur so, dass ich Ork bin und kein Mordor. Hä? Ich bin Ork, nicht Mordor. Ach, Quatsch. Äh, die Orks haben die stärkeren Fähigkeiten. Aber auch immer ich jetzt Mordor gesagt hab, haha. Ich hab wenigstens nicht alle meine Truppen verloren, ne? Das ist gut, ja. Komm, ich lass dich heute gewinnen, ja? Ach, komm. Na, ehrliche Art und Weise hier. LOL, du Bastard. Sorry. Aber ich seh grad was, was eigentlich nicht super ist. Du sag, warte mal, ist das überhaupt von dir? Was? Vielleicht, ich, okay, ich nehm meine Beleidigung zurück. Ich glaub, das war noch von den, ah nee, das war noch von den Feinden. Sorry. Nehmen sie zurück. Boah, der hat mich eiskalt Bastard genannt. Junge. Pfff. Hehehehe. Ehh. Aber das wird direkt übereinander, wieso du unter mir und ich über dir spawnen, alter. Kann ich dir nicht sagen warum, ne. Das ist, äh. Behinderts. Korrekt. 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 Geht drillon. meine arme Mühle das Problem ist, ich kann jetzt schon wieder nicht angreifen, weil du schon wieder weißt, wann ich komme da könnte ich schon wieder kotzen so, weil ich mich so gut ausgebaut habe oder was? ne ich bin froh, dass das match mal so, also ich finde das gar nicht verkehrt, also es ist mal eines der spannenderen Sorte ich wollte gerade sagen, ist mal spannender, ne? ja, ich warte ja nur drauf worauf, dass ich komme? okay, so ne, ne, nicht dass du kommst dass der Bayrock wieder einsatzbereit ist ja äh nein, Quatsch ich habe manchmal so ein bisschen, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass deine, äh, Eigenschaften einfach deutlich schneller, äh, wieder reaktiviert sind bereit sind? nein, 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 nicht mal ansatzweise nicht mal ansatzweise, Kollege nicht mal ansatzweise, Kollege ja lag es ein bisschen falsch ein bisschen ein bisschen ein bisschen ähm 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 äh hast du eine 25? also ich habe nur eine bisher ja ich habe falsch geskillt ich auch ich bin über die falsche Seite gegangen boah punkt dein Herz genauso wie mein ja, weil ich, äh, denke so ich habe, ich habe sogar richtig Schuss anzugreifen weil ich denke so, das könnte mich jetzt ein Ziel kosten das ist richtig behindert weil ich auch noch nicht so ganz weiß, wie weit du dich ausgebaut hast und so weiter oder wo du dich überhaupt noch hingesetzt hast und bla 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 ich habe nur eine Festung ja gut, ich habe auch nur eine weil als ich gesehen habe, dass du angegriffen hast, habe ich die andere direkt in Auftrag gegeben, das war's ähm Problem ist, die muss ich jetzt erstmal finden ja wobei das nur auf der anderen Seite des Wisses sein kann das ist ja nicht so schwer weil ich habe meinen eigenen Helden ja noch nicht mal gemacht, äh ne ah, ich verdrück mich andauernd mann weil du so aufgeregt bist ja ist nicht witzig, ne ne ist es nicht, das ist wahr ne ist es nicht, das ist wahr einfach nur bis du kommst also, um mich dann zu vernichten ja ja klar was denkst denn du kommst du jetzt von da ja das heißt ich muss ne vor allem, du kannst doch bestimmt bis zu mir zu fest hingucken oder nicht ne 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 das ist ne 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 Und meine ausgerechnet die, dass du zerstört hast, die das hätte machen können. Oh, da hab ich echt Glück, ey. Holy shit. Genau das meine ich, du hast hier etwa die stärkeren Fähigkeiten. Ach so. Okay, ja gut, das macht Sinn. Weiß, ich hab wohl auch coole Fähigkeiten, aber... Boah, alter Schwede, ey. Waren das alle deine Truppen? Mhm. Holy shit, ey. Hast du den Bayrock nicht gerufen, ne? Der war nicht einsatzbereit. Nein, immer noch nicht? Ja, das meine ich ja. Ich hab das Gefühl, deine Dinger sind viel schneller als meine. Lol. Richtiger Abschaum. Richtiger Abschaum. Ja, ist so. Ja, anders kann ich's nicht formulieren hier. Wieso, da kommst du doch schon wieder. Richtig. Die bombardieren uns. Die bombardieren uns! Okay. Boah ist das? Na fuck. Alter der ist schwach. What the hell? Ich komm nicht mal an die Festung ran ey. Das krasse ist ja. Scheißegal. Ich hab einfach den Vorteil. Geht mal da weg. Entschuldigung. Das sind halt Frostpfeile. Ist halt schön. Ja genau. Ja. Ich komm dagegen nicht an. Da ist der Balrog echt kacke. Gegen. Das ist warm. Ich hab ihn aber trotzdem eingesetzt. Hm. Oh holly molly holly molly holly molly. Mein Herz will sich einfach nicht aufreagieren ey. Du meinst auch nicht. Das funkt die ganze Zeit. Kann aber auch an Energy dran kriegen. Das kann sein. Welchen hast du dir denn gegönnt? Äh. Von Rockstar. Mhm. Fruit. Äh. Fruit Punch. In rot. Mhm. Alter. Mir geht die Pumpe. Oh guck mal. Was soll ich gucken? Ne. Nicht du. Ich. Haha. Wir haben einen Höhlenkreuer Schatten. Ich weiß was zu tun ist. Wir brechen auf. Da sind sie. Die Typen bei dir mit dem Hammer. Die zählen unter die Kategorie Lanzenträger ne. Glaub ich. Ja das sind Lanzenträger. Okay. Biss du? Ich war mir nicht mehr sicher weil sind das. Sieht man da. Ja klar. Aber das sind ja eigentlich mehr Hammer als Lanzen. Haha. Ja gut da sind Stacheln dran ne. Ja gut. Oh mein Gott da. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein ey. Okay also aufm Ballrock muss ich nicht setzen. Da muss ich aufm Wächter setzen. Ja aber den musst du erstmal platzieren können bei meinen Einheiten. Erstens das. Zweitens muss ich den erstmal freischalten. Das ist das Schlimme. Oh. Oh ok. Ja gut. Das ist natürlich dann was anderes ne. Oh. Oh ok. Ja gut. Das ist natürlich dann was anderes ne. Ah der Ruhe Drache ne. Der andere Drache. Ja genau. Ja genau. Der wird aber genauso schnell kaputt gehen. Das ist Mann. Das ist echt traurig. Haha. Das ist echt traurig. Haha. Oh warum. Meine Rohstoffe. Das ist es ja. Brauchst du nicht. Haha. Ich bekomm schon zu wenig. Okay. Nein. Meine Einheiten sind alle meistens so angehittet ne. Ja. War einer auch? Na gut. Du hast ja alle verloren. Das hat's gebracht. Ich hab gesehen wo deine Einheiten sind. Reicht mir. Na. Ja. Ja. Gut. Leih. Der Wirbelwind macht ja Schaden. Ja klar. Aber nur minimalen Schaden. Reicht schon. und es regnet. Ja. Kein Bonus mehr für deine Einheiten. Ja. Kein Bonus mehr für deine Einheiten. Den Drachen kannst du auch nicht setzen. Alle verlassen sie mich Ich kann heutzutage auf keinen mehr zählen hier Alter, meine tollen Leben immer noch. What the fuck? Oh, ich hab meine vergessen. Die stehen in der Base. Lol. Was das denn hat? Ich hab mich gar nicht... Ich dachte so, hä? Da fehlt doch was. Irgendwas kann ja nicht stimmen. Los. Oh, fuck. Ich hab die echt vergessen. Nee. Good job. Ein harter Gegner, aber. Ja, aber echt. Hartnäckig. Nervig. Heißt du noch? Keine Bogen, die für meine Truppen... Neu, ist auch ungerufen. Na klar. Du, der hat wenigstens noch ne geile Fähigkeit parat. Naja. War ja klar. Ja, hallo? Ich lass sie doch nicht in der Festung vergammeln. Würdest du auch nicht tun. Naja, das stimmt. Du brauchst gar nicht mit deinen Vögeln da jetzt herfliegen, ey. Nicht? Nein, mit deinen Fledermäusen. Ich muss doch gucken, wo ich mein Reich noch vergrößern kann. Wo denn die besten Stellen sind. Das ist das Problem. Wobei, doch. Kann ich doch machen. Hahaha, du hast mich auf ne Idee gebracht. Dankeschön. Nein. Das ist das Problem. Okay. Ah, okay, interessant, alles klar, gut zu wissen. Weiß ich Bescheid. Das war unnötig. Wieso fliegt der denn dahin, ist der dumm? Ich hab den gar nicht dahin genommen. Ich war das gar nicht. What the fuck? Wer war das denn dann? Wie soll das sonst gewesen sein? Will der mich verarschen? Alter, was für ein Kackspast. Ich hab den nicht befehligt. Nein! Dann hat er es automatisch getan. Boah, Dreckslappen, ey. Wir haben die Cliffe erreicht. Wollen wir nochmal den hier? So. Das Feuer ist immer noch bei mir da, von deinem ersten Balrog, den du gerufen hast. So, gut. So. Man sehen, wie man möchte, ne? So. 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 Achhhiss auch noch nicht so ganz wie ich den das Ende bei dir anpacken soll, damit du endlich mal verrückst. Ich hab 2 Leute, ne. Hab ich das schon gesagt. 해요 Fick dich. Aber lass eins ausmachen. Hab? Wir bauen keine 2 Festungen. Ich hab immer noch nur 1. Sehr gut. Das ist auch. Okay, alles klar. Oh, hallo. Was geht? Meine arme Mühle. Oh, da ist er schon da. Scheiße. Ah, ja. Ist doch echt witzlos. So habe ich mich gefühlt, als wir Idorus gemacht haben. Vor allem du hast Frost, Mann, ich habe Feuer, Junge. Feuer ist doch viel effektiver gegen Frost. Scheint wohl nicht der Fall zu sein. Macht doch keinen Sinn. Tricks-Spiel. Oh, Junge, ey. Mein schöner Turm, ey, alter. Ey, alter. Ey, alter. Ey, alter. So. Ja. War nicht gut. Ich komme gegen diese Drecksfestung nicht an. Ich bin so hart gut ausgebaut. Ist ja nicht nur meine Festung, sind ja auch meine Einheiten. Die dann Balrog zu schaffen machen mit den Eisfallen. Richtig traurig, ey. So, was er hier jetzt gemacht hat. Und wieder verdrückt. Ich frage mich mal, wenn du langsam angeweibst. Ich lasse gerne Feinde kommen, anstatt selbst anzugreifen. Ich bin eher der defensive Typ. Hast ja gemerkt. Merkst du ja. Ja, aber um das Spiel trotzdem zu gewinnen. Ach, ich treib dich einfach in den Wahnsinn, dann gibst du irgendwann auf. Oder die Festplatte gibt auf. Ja, nein. Das willst du nicht. Meine? Nein. Ich habe das so eingestellt, dass wenn mal voll ist, dass der dann auf der 6000 Gigabyte Festplatte weiter aufnimmt. Ja, bei dir. Ich habe nur eine. Achso, bei dir, ja. Ja. Tschüss. Viel Spaß gemacht. Ja. Tschüss. Danke. Ja, ich warte noch, bis ich meine 25er habe. Dafür musst du halt angreifen. 25er. So, so. Hm. Hm. Ähm. Und hast du endlich? Nein. Ich habe gerade mal 20. Ja. Ich habe gerade aufgebaut und schon wieder zerstört, ey. Ja. Dann. 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 Die andauernd überleben, ey. Bereit mich grad nur schon mal für die Belagerung gleich bei dir vor. Was war denn das? Warst du das? Äh, nein, okay. Hä, ich hab doch hier irgendeinen... Ah, das, das, das ist das, okay, alles klar, nee, alles gut. Ich hab's grad nur nicht gefunden. So. Ja, warst du grad da mit deinem Armee, wo bleibst du? So, Hund wurde grad abgeholt, sehr gut. Ich bin da bei Freiheit. Beinfreiheit? Ja, er macht sich immer bei mir mit drunter. Ja, warum liegt der überhaupt bei dir? Ich mein... Er mag mich halt viel mehr. Lass das Angie nicht hören, ey. Weißt du, wenn wir bei ihren Eltern in die Wohnung gehen? Ähm, Angie geht als erstes rein. Der stürmt an Angie vorbei und springt mich erst mal an und freut sich, mich zu sehen. Angie ist in dem Moment völlig wurscht. Achso. Der rennt an mir vorbei. Äh, an ihr vorbei und erst mal... Kommst du jetzt mal mit dir, bitte? Dankeschön. Hey. Vergiss das. Ich darf hier stehen. Warum? Ich würd's nicht ver... Nein. Ähm, doch. Ähm. So. Weil mir brennt einfach alles und meine Festung schmilzt einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Ja. Das ist es ja. Ich kann das nicht nachvollziehen. Oh, meine Horden können nicht weiter wachsen. Ah doch, ein Katapult kann noch rauskommen. Ah, alles klar. Die Horde. Ich hab 1800 Kommandos mit der Feuerwehr. Wo bleibst du? Brauchst du? Ja. Hallo. Was geht's? Ach ne, ich wollte nur mal so gucken ein bisschen. So, da stehen die. Ja, alleine sind zu langsam. Okay, alles klar, sehr gut. Perfekt. So. Wie viele Läden hast du? Sagen wir's mal so. Sag ich nicht. Aber ich hab vier. Weniger. Sonst hätte ich jetzt vorgestanden, dass wir mal ein Held in Battle machen können. Nein? Oh. Ah gut. Gut. So. Oh. 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 Oh, oh. Das glaubst du. Ich kann auch Psychospielchen machen, das ist nicht das Problem. Ja... Das fängt langsam anzulecken. Vielleicht geht's schon eine Stunde. Geht schon eine Stunde. Ja, ist auch ein spannendes Match jetzt. Aber ich würde jetzt sagen, alles oder nix und dann ist das Ende. Gleich. Alles oder nix, dann ist das Ende. Naja, ich meine, wenn ich jetzt... Sagen wir mal, ich greife an, verliere wieder, kannst du direkt zu mir durchmarschieren. Ja, okay, dann greif mal an. Nö. Ja, oder warte noch kurz, warte noch kurz. Was, Zauron, das ist nicht gut. Du könntest so hart locker einfach eingreifen, die ganze Zeit schon. Aber du tust es einfach nicht. So. Ja. Ja. Das, was macht ihr hin? Gut schon. Deine Anhaltensetzen sagst du? Oh! Du sagst du, ich kann jetzt direkt durchmarschieren, klar. So kann ich nicht direkt durchmarschieren. Alter. Wie war das nochmal? Die Orks haben die deutlich besseren Fähigkeiten. Ist ja wohl ein Witz. Ja, hallo. Woher soll ich denn wissen, dass die so stark sind? Holy shit, Alter. Man hat es halt auch doch drauf, ne? Alter, meine Einheiten. Oh, Leute, die sind an dem Ort geäußert. Ich muss neue Einheiten machen, sonst kann ich nicht zu dir durchwaschen. Alter, ich habe nichts mehr. Lauf los jetzt. Ja, ja, ich produziere nur nach. Sicherheitshalber. Ein paar Bogenschütze leben noch. Oh, die stehen geblieben raus. Die haben sich ja gerade um die Wächter gekümmert. Oh, das war klar. Moment. Okay. Gut, dass ich nachproduziert habe. Machst du es dir nur schwer, Alter. Machst du es dir nur unnötig schwer. Meine Festplatte wird nicht voll. Loll, mein Katapult schießt auf den Drachen. Geil. What the fuck, ey. Also ein bisschen ist das, erinnern mich diese Frostpfeile ein bisschen an die Silberdornpfeile. Ja, sind auch so ähnlich, nur dass sie halt nicht wegkicken. Ja, und gehen mir deshalb tierisch auf den Sack. Glaube ich. Die Minen werden angekassen. Können wir das jetzt beenden, oder? Wie hoch die Trolle jumpen, Alter, äh, die Trolle, die, äh, die Viecher jumpen, wenn sie getötet werden. Ach, wie heißen sie denn? Das ist ja diese 25-Fähigkeit, ne? Ja, aber guck, deine Feuerpfeile machen genauso viel Damage, wie, halt, die Frostpfeile an den Bayrock. Also es ist ja nichts unfair. Es ist machbar. Ja, gut, das stimmt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, ich hätte ja auch alles irgendwie mit Turm vergleistern können, ne? Deine Einheiten sind einfach nicht so stark. Ja, leider. Das war jetzt unnötig. Der kam gerade noch raus. Wer kam noch raus? Der Urkönig kam gerade noch raus. Weiß zwar nicht, wen du meinst, aber... Ja, Urkönig. Achso, das meinte ich eigentlich nicht, aber... Nein, nein, scheiße. Na, super. Ja, noch gebe ich nicht kampflos auf. Da. Ja, ja, eine Schmier. Warum kann ich die nichts mehr hinrufen? Mann. Wow. Okay. Ja, GG. Ich gedacht, dass... Also, Angmar ist im Anfangsspiel tierisch nervig und schwach. Ja. Aber später, im Laufe des Spiels, ist es richtig okay. Also, es ist richtig okay. Das ist wahr. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es bleibt immer so schwach. Nee, nee. Na, guck mal. Pushtel im Stand waren wir gar nicht so weit auseinander, ne? Ja. 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 Verlichtete Einheiten 2.491. Ich guck grad mal, wie viele du erstellt hast. 1.841. Aber du hast mehr Einheiten verdichtet als ich, also... Mhm. Ah, nee. Nee, gefallene Einheiten. Nee. Ja, ja. Nee. Ja. Aber auch logisch. 18 Helden hast du erstellt. Ja. Und dein Held kam nach 45 Sekunden, meiner nach einer Minute, ey. Ja, war Walder, ne? Ja, so eigentlich normal, quasi. Genau. Den billigsten einfach machen, weil der ist auch meistens stark. Nicht schlecht. Na gut, also man kann es schaffen, hast du ja gesehen. Okay, das war eine spannende Runde, auch wenn sie es ein bisschen hingezogen hat. Nun, dennoch hoffen wir, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Feedback wäre schön von mir, haut da rein. Ciao, Leute. Euer Gennor. Ja, mir auch. Macht's gut. Euer Steinchen. Tschö. Tschö.